Was ist schwarzer Knoblauch und warum wird er von vielen gegenüber weißem Knoblauch bevorzugt? In diesem Video erhältst du alle Antworten auf diese Fragen. Schwarzer Knoblauch ist in aller Munde doch die wenigsten wissen, was schwarzer Knoblauch wirklich ist. Handelt es sich um eine alte wiederentdeckte Sorte? Oder ist es eine Züchtung, die nur als Marketing-Gag dient? Weder noch. Schwarzer Knoblauch wird aus weißem Knoblauch hergestellt. Wie das geht? Ganz einfach, durch Fermentierung. Dadurch erhält der Knoblauch auch die schwarze Farbe. Das Gute an der Sache, schwarzer Knoblauch enthält alle gesunden Eigenschaften vom weißen Knoblauch plus noch ein paar mehr, dem Fermentationsprozess sei Dank. Sieben überzeugende Fakten, die für schwarzen Knoblauch sprechen. 1. Schwarzer Knoblauch wirkt dreimal antioxidativer als weißer Knoblauch. 2. Die Nährstoff- und Vitalstoffdichte in schwarzem Knoblauch ist um einiges höher als in weißem Knoblauch. Der Grund? Weißer Knoblauch weist einen doppelt so hohen Wassergehalt auf. 3. Schwarzer Knoblauch wirkt antiallergisch und wird zur Vorbeugung von Allergien genutzt. 4. Schwarzem Knoblauch werden Darmkrebs bekämpfender Eigenschaften zugesprochen. Er wirkt entzündungshemmend und Immunsystem stärkend. 5. Die Herzgesundheit und die Blutfettwerte werden durch den Verzehr von schwarzem Knoblauch positiv beeinflusst. 6. Schwarzer Knoblauch spielt eine immer größere Rolle in der Arteriosklerosetherapie. 7. Blutgefäßschäden sollen dank seiner stark entzündungshemmenden Wirkung reduziert werden können. 7. Schwarzer Knoblauch kann helfen die Leber bei der Ausleitung von Giften zu unterstützen. Detox-Kuren könnten in Zukunft vermehrt auf das schwarze Wunder setzen. Ich fasse zusammen. Schwarzer Knoblauch wirkt stärker als weißer Knoblauch. Und es gibt tatsächlich noch einen großen Vorteil. Schwarzer Knoblauch verursacht keinen Mundgeruch und keine unangenehm riechende Ausdünstung. Er ist gut verträglich, schmeckt und kann zum Verfeinern von Gerichten oder als Kapseln eingenommen werden. Einen Nachteil gibt es allerdings. Schwarzer Knoblauch ist in der Regel teurer als weißer Knoblauch. Dafür investierst du in deine Gesundheit. Falls du schwarzen Knoblauch nicht als Vorsorge, sondern als Therapie anwenden möchtest, kann dich dein behandelnder Arzt oder deine behandelnde Ärztin bestens informieren. Du möchtest mehr Infos über weißen Knoblauch erfahren? Dann lohnt sich ein Blick in mein nächstes Video. Der Link folgt in wenigen Sekunden. Hast du schwarzen Knoblauch schon einmal ausprobiert? Falls ja, wie waren deine Erfahrungen? Schreibe sie gerne in das Kommentarfeld unten. Dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Du möchtest kein Video von mir mehr verpassen? Dann drücke den Abonnieren-Knopf und schon wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Bis bald und viel Gesundheit, deine Caro von Vital Schnabel. Bis bald nach vorne. Bis bald. Bis bald. Bis bald. D Women thumbnail. Vielen Dank.